Was geht ab Leute, Sains wieder da und heute gehen wir mal der Frage nach, könnte Shiki in Wano auftauchen? Hier stellt sich erstmal die Frage, kann denn Shiki auftauchen? Immerhin kam er im Movie Strong World vor und dieser Film war nicht Canon. Auch wenn der Film kein Teil der Original Story war, so sagte Oda, dass Shiki zumindest ein Canon Charakter ist. Also könnte er definitiv auftauchen. Oda sagte auch vor kurzem, dass es in One Piece eine verborgene Legende gibt, die bald auftaucht und der größte Feind der Strohhutbande wird. Wir wissen nicht, wo Shiki in der momentanen Storyline ist und eine Legende ist er allemal. Immerhin war er einer der größten Rivalen Rogers. Ein weiterer Hinweis könnte die Coverpage in Kapitel 631 sein, wo Kokos mit jemandem etwas trinkt. Dieser jemand hat lange Haare, in der offiziellen kolorierten Manga Version sind diese auch blond, sieht einem Shiki relativ ähnlich. Dieser Charakter könnte in Wano auftauchen. Darauf könnte hindeuten, dass dieser unbekannte Charakter einen Strohhut trägt und diese werden in Wano Kuni hergestellt. Doch wieso sollte Kokos mit einem alten Rivalen trinken? Naja, die bessere Frage ist, wieso nicht? Die Roger-Bande existiert nicht mehr, es gibt keine Rivalität mehr und immerhin kannten sie sich sehr lange. Auch Roger und Whitebeard tranken zusammen Sake, auch wenn sie ihre Kämpfe hatten. Der Umhang, den Shiki in der Coverpage trägt, hat dasselbe Muster und Farbe wie die, wo er in Strong World anhatte. Problem an der Sache mit der Coverpage ist aber, die Haare sind zu kurz, man sieht kein Steuerrad am Kopf vom Shiki. Hm, schwierig, schwierig. Dadurch, dass der Charakter in Strong World ja an sich nicht wirklich kennen war, kann es natürlich auch vorkommen, dass O oder irgendwelche charakterlichen Änderungen oder äußeren Änderungen macht. Warten wir es ab. Shikis Kraft ist ja, dass er alles fliegen lassen kann. Menschen, Gegenstände oder sich selber. In Wano haben wir ja dieses fliegende Gebäude. Wieso können diese denn überhaupt schweben? Shikis Kraft würde dies erklären. Als Shiki von Impel Downing kam, versteckte sie sich in einem Ort, an dem die Weltregierung erst hinkommen muss. Da wäre natürlich Wano, welches sich selbst isoliert, der perfekte Versteck. Auch sagte O oder in einem Interview, dass Shiki dieses typische Aussehen eines Joguns hat. Sehr verdächtig. Diesen Look würde ihm doch nicht einfach nur Spaß gegeben haben, oder? Basil Hawkins fragte Ruffy, ob er denn wüsste, wer das Land aus den Schatten heraus kontrolliert. Ruffy sagte, Kaido! Aber was, wenn Basil Hawkins in dieser Szene nicht Kaido meinte, sondern jemand noch weiter oben. Und zwar Shiki. Wenn Shiki diese Lurking Legend ist, könnte es ja sein, dass Shanks über ihn mit der Weltregierung reden wollte. Dafür spricht, dass Oda sagte, er wollte Shiki von Shanks erwähnen lassen im Gespräch mit Whitebeard. Hat dies dann aber doch nicht getan, da es sonst zu viele Infos gewesen wären und die Leser vielleicht verwirrt hätte. Also kann man von ausgehen, dass Oda Shanks etwas über Shiki wissen lässt. Vielleicht hat Shanks aber noch mehr Infos bekommen über Shiki, und zwar direkt von Kaido. Als Shanks diesen aufhielten, nach Marineford zu gehen, um Whitebeard zu töten. Wer weiß, über was die sich unterhalten haben. Möglicherweise, dass er nun wieder auftaucht? Auch zärtlich wäre es mal soweit. Denn Shiki kündigte an, in 20 Jahren zu kommen und zu zeigen, dass Piraten die See beherrschen. So langsam wird es eng, wenn er das noch machen will. Naja, innerhalb dieser 20 Jahre ist es ja schon zu spät. Ich glaube, wir sind ja schon 22 Jahre innerhalb von dieser Story. Aber ja, man kann sich auch mal ein bisschen verspäten. Es sollte dann nur langsam bald mal passieren. Außerdem wäre es doch interessant, wenn Shiki, der Goldene Löwe, der König der Tiere, im Geheimen die geschickte Kaidoos Bestienkuh lenkt. In Strong World erschaffte Indigo, der Wissenschaftler in Shikis Bande des Ass, Das SIQ ist ein Mittel, um Tiere übernatürliche Stärke und Aggressivität zu verleihen. Frage ist hierbei, ob dies auch bei so einem Teufelsfrucht-Nutzern funktionieren würde. Das wäre ein extremer Stärke-Boost in Kaidoos Bande. Auch weiter, der Name von Rocks Bande ist so ein Streitthema. Die einen sagen Rocks, die anderen Locks. Locks sind Locken in Haaren. Goldie Locks, Goldie Line. Shiki bestätigt. Naja gut, das war jetzt ein kleiner Gag, den man so überall liest. Shiki könnte nicht der Käpt'n von der Rocks Bande sein, es würde zeitlich einfach gar nicht hinhauen. Denn immerhin war die Rocks Bande vor 40 Jahren da, etwas mehr als 40 Jahren aktiv. Vor ungefähr 40 Jahren hat Gag den Kapitän dieser Bande besiegt, was auch immer er mit ihm angestellt hat. Naja, wäre es ja komisch, wenn er dann irgendwie später wieder zu Rodels Zeit wieder auftaucht, um dann nochmal zu verschwinden. Ne, würde irgendwie nicht so ganz passen. Also Shiki irgendwie hier König der Rocks Bande, Kapitän der Rocks Bande. Nein, das kann nicht wirklich sein. Es kann sein, dass er vielleicht den Kapitän irgendwie kennt oder vielleicht Shiki auch ein Teil dieser Bande war. Das will ich jetzt gar nicht mal so anzweifeln. Dazu fehlen uns einfach zu viele Informationen, aber der Kapitän war ja ganz, ganz sicher nicht. Naja, das war es auch schon erstmal damit. Was haltet ihr von dieser kleinen Theorie? Wenn es euch gefällt, wisst ihr ja. Daumen nach oben, Abonnement da lassen und einmal das Glöckchen läuten. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß und haut rein. Ciao. Ciao. Ciao.